herzlich willkommen zu talking vibes heute habe ich was ganz besonderes dabei und zwar zeremonie kakao für was um das herz mit dabei kakao mischa ehrengast die größte unterstützung meines ganzen lebens anna meine wenigkeit christian und ich will eigentlich gleich in die produkte einsteigen dass wir erstmal erklären also was ist zeremonie kakao mischa du schenkst mal ein sehr gerne und ich mache mir die kleinen pakete auf die er dabei hat was aus meiner sicht das spannendste ist wenn wir die produkte erstmal anschauen also das ist ein kilogramm zeremonie kakao es fällt gleich auf es sieht nicht aus wie schokolade und das ist glaube ich auch mit der wichtigste punkt wo wir heute darüber sprechen müssen es hat eigentlich mit schokolade gar ex am hut das hatten vor und nachteil vorteil ist es bewegt etwas im körper nachteil ist alles was er jemals über schokolade oder kakao gehört hat könnte wirklich aus dem fenster werfen weil es wird nicht auf diese produkte zu treffen wir haben mich ja was haben wir denn dabei was ist denn das für kakao den ich gerade schon hier gezeigt hier haben wir einen pura blanco kakao er stammt aus dem norden perus aus dem trockenwald an der grenze zu ecuador und das besondere an diesem kakao ist dass er tatsächlich in einem trockenwald steht da regnet es kaum und wie kann ein kakao ein tropisches gewächs in einem trockenwald überleben alleine durch die ströme die aus den anden hinunter fließen die monsoon ströme die sich in den anden sammeln fließen bis ins meer dadurch findet der kakao sein wasser wirklich fast alleine aus dem grundwasser und man sagt es handelt sich um eine albinosorte ein besonders weißer kakao weil er sonst bei dieser hitze nicht überleben könnte echt ein besonderes produkt also ich freue mich total den hier mit dabei haben zu dürfen spannend den ich noch nicht gehört habe jetzt interessiert mich als allererstes also ich kenne ihn natürlich schon aber worüber ich jetzt noch mal sprechen möchte ist speziell über den geschmack also wir haben jetzt gehört in was für einer region ist das trockenwald ein trockenwald im norden perus das pura tal ok also wir sind in peru also gerade hier sind wir in unterfranken weil mischa ja genau mal prosten ich trinke ich sauch schon wieder ich trinke schon wieder bevor wir auf land stoßen wir sitzen hier auf den feldern unter frankens warum weil mischa aus der nähe von würzburg kommt ursprünglich ich bin ja geboren in schweinfurt deswegen direkt in der nähe genau sitzen wir hier live beisammen und haben peru in der hand ok was ich an dem kakao speziell finde ist er hat nen sehr ich finde er schmeckt bärig also wenn mich einer fragen würde würde ich sagen er schmeckt wie als hätte einer so ein bisschen blaubeere mit reingemischt das stimmt auch überein mit der klassifizierung durch 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 schokoladier ist ja rote beeren sind das geschmacks profil zusammen 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 mit was waren das ich glaube orientalische gewürze spielen ein bisschen mit rein und rote beeren genau hauch von pin hier und jetzt fängt es eigentlich schon das spannende an es ist also ich bin ehrlich ich habe heute morgen ich habe das gekocht ich habe schon mal getastet aber ich jetzt bei dem schluck und ihr wisst ich habe eine sehr gute körpersensorik merke ich schon wie es da hinten zieht und das ist der grund warum es heute dieses interview gibt weil das für mich ist es genauso wie mit dem g1 gewesen dieses gefühl kannte ich bei keinen vergleichsprodukten und also das was ihr auch seht ich habe jetzt noch mal andere dabei sprechen auch gleich noch mal schaut euch das mal an und es ist einfach kakao hat das jemand schon mal so gesehen und das ist purer kakao also dass kein gewürz drin da ist keine milch drin dass kein zucker drin das kann gar nichts sondern die sehen einfach so aus indem man sie was macht man denn rösten brechen mal diesen das ist es und dann zieht es so aus und und das hat mich so vom hocker gehauen weil guck mal das sieht aus wie als hätte ich ein leopardenmuster reingedruckt nein das passiert einfach weil der kakao so ist wie er ist und da war auch meine große frage so warum bin ich denn so verwöhnt mit irgend so einer glänzenden schokoladenstruktur das fand ich auch sehr spannend die geschichte dahinter ja es ist echt interessant weil wir menschen wirklich daran gewöhnt sind dass dinge auch natürliche dinge immer gleich aussehen gurken sehen immer gleich aus schokolade sieht immer gleich aus alles hat immer gleich auszusehen doch so ist die natur nicht schaut euch zwei bäume im wald an die sehen einfach nicht gleich aus und genauso ist es bei kakao auch wenn wir nicht temperieren das ist nämlich der industrielle vorgang der macht dass kakao bzw schokolade wunderschön glänzt wenn wir nicht temperieren sieht jeder kakao jede schokolade komplett einzigartig aus hat eine einzigartige struktur und ja damit auch eine einzigartige wirkung also sind wir wirklich ein stück weit ich will nicht sagen verwöhnt und doch vielleicht ein stück weit auf dem holzweg weil wir nämlich glauben okay wenn wir wenn ihr was im internet bestellen wenn wir aus dem laden kaufen muss das immer so aussehen wie als wir es vor einem monat gekauft haben und so ist die natur das ist auch ein qualitätsmerkmal denken wir dass die jede schokolade glänzend aussehen muss und das ist ist dann quasi so eine hohe qualität und dann habe ich auch deinen kakao gesehen dachte mir so also habe ich mich selbst dabei erwischt wie ich es beurteilt habe aber wenn man das meist dass das eigentlich auf einem sehr schonenden natürlichen weg verarbeitet ist hammer dass ich einsteigen temperieren auch noch mal für die jetzt kommt so ein bisschen zwischen wissenschaftlicher quatsche also ich mir das noch mal geteilt angeschaut normal schokolade die wird richtig heiß gemacht gekühlt heiß gekühlt heiß gekühlt und dann nimmt eine ganz spezielle kristallinen struktur an so dass die glänzt und was passiert dabei alles was im kakao drin ist kaputt und deswegen schmeckt jede schokolade gleich und deswegen muss man an normalen schokolade schmacksaromen wie mandeln oder sonst irgendwas oder milch zu geben damit sie individuell schmeckt zu können und und das hat mich hier so vom hocker gehauen wir haben morgen noch eine kleine verkostung macht zwischen den zweien es schmeckt komplett unterschiedlich und es erinnert mich so dran wenn ich hier sind im frankenland sitze an äpfeln er wenn ich hier hinter lauf stehen wilde also will dann natürlich sind gepflanzt aber äpfelbäume und die hat an jedem baum hätten anderer apfel und wenn man rein weiß schmeckt man das unterschiedliche aroma und man würde blind schmecken welcher apfel von welchem baum ist und das ist eigentlich bei jedem naturprodukt so und das sieht man auch an diesen kakaos wie unterschiedlich die sind das ist so bloß wir sind wir wieder also quasi industrialisiert worden das ist nur einen kakao geschmack gibt und das ist quatsch das ist wie beim weinen das wäre wie so wenn man sagen würde es gibt nur eine sorte weine es gibt nur eine sorte traube und es schmeckt alles gleich aber das ist nicht so und beim kakao ist es genauso und es fasziniert mich so an diesem produkt dass man da ich meine mit zwei kakaobohnen wahrscheinlich gibt es keine ahnung tausend oder zehntausend verschiedene kakaobohnen geschmacks richtung und das ist das was auch bei wein und bei bier oft passiert die sorten werden gemischt um einheitsgeschmack zu erstellen damit der kunde immer wieder die gleiche schokolade kaufte nach 20 jahren immer noch gleich schmeckt ist halt so wie es ist mir sagt es keine ahnung ich bin immer ein bisschen neutraler es ist halt so wie es ist aber jetzt hier ist die pure wahrheit und ich liebe es zu sehen wie kakao eigentlich nicht eigentlich wie kakao aussieht wenn er sehr traditionell hergestellt wird und das heißt quasi es wird einmal gemischt und dabei erwärmt und dann abgekühlt genau und ihr geht nicht heißer wie 110 grad celsius also wir rösten den kakao heutzutage ist viel die rede von rohkakao weil es damit zusammenhängt dass manche antioxidative bestandteile ab einer höheren temperaturgrenze zersetzt werden jedoch beziehe ich mich da und auch tatsächlich die ganze schokoladenherstellung bezieht sich da auf eine uralte rezeptur der maya der inka die ihren kakao schon immer geröstet haben die ihm diese hitze zuführen und ihn dadurch verfügbarer machen für den menschlichen körper weil wir menschen sind nicht darauf ausgelegt immer alles nur rot zu essen und auch da lässt sich natürlich streiten und das heißt wir erhitzen den kakao einmal für ungefähr 15 bis 20 minuten auf 110 grad celsius lassen ihn abkühlen dann wird die bohne geschält und für bis zu 36 stunden gemahlen also wirklich über einen tag lang malen wir und machen die bohne dadurch flüssig die bohne verflüssigt sich durch ihren hohen fettanteil und es entsteht eine masse die sich in form gießen lässt wie zum beispiel in diese form in diese form und mit dieser masse lässt sich alles anstellen ja prima gut wir sind zurück wie es natürlich bei so live aufnahmen auf dem feld ist wir haben gerade ein auto vorbeigelassen ist aber natürlich rausgeschnitten und wir waren gerade in peru genau in der produktion vom kakao und bei der bedeutung dieser hitzung und da wollte ich jetzt gerade noch mal darauf einsteigen ist auch spannend also die 110 grad wird nur bei der röstung erreicht dann wird die bohne gebrochen also das heißt quasi ob die 110 grad wirklich bis in den kern reingeht wie auch immer es ist so traditionelles rezept und dann 36 stunden gemahlen gerührt bis zu 36 stunden wird gemahlen durch steinwalzen granit walzen die die gebrochene bohne praktisch immer weiter zerkleinern bis sie auf nanometer größe runter schrumpft und sich dadurch verflüssigt und wie wir wissen wenn man schokoriegel in der tasche hat und der wird warm dann verflüssigt er sich und genau das passiert mit den kakaobohnen es wird nichts zugesetzt um den kakao zu verflüssigen sondern es ist der reine fettgehalt von 55 56 prozent also kakaobohnen besteht zu über 50 prozent aus fett der verflüssigt sich und kreiert dann eben ja flüssigen kakao den gießen wir in so schöne formen lassen ihn abkühlen und geben ihn weiter an liebe menschen wie euch und ich merke es jetzt wirklich gerade wie bei mir springt gerade das dritte auge an und da muss ich auch erzählen wir waren am wochenende bei anders familie haben familienbesuch gemacht und da habe ich so einen großen toch kochtopf kakao und das war so ein grill event quasi da gab es kakao vorher und das ist das warum ich diesen kakao so feier die leute möglich ist kichern angefangen also da auch menschen die vorher gar nicht so drauf sind und ich merke es gerade auch dass ich sehr zum lächeln neig dass die dass die leute wirklich das kichern anfangen wenn man auch dinge tun sich dann umarmen oder küsschen geben bei menschen wo ich das vorher noch nicht gesehen habe es ja nicht erst mal dass man bei anderen eltern sind oder elternhaus sind aber dass sie eben dieser umgangston also dass die deine auf einmal total herzlichen von glücklichkeit strahlend und keine ahnung also so eine glücklichkeit wirklich aus dem herzen heraus das habe ich so in der frequenz noch nicht wahrgenommen und das war die das ist die erste tasse und da und deswegen feiere ich dieses produkt auch so in der kombination mit dem g1 weil der kakao hast hat man quasi es ist eine biochemische struktur die quasi in den körper reingeht und somit direkt ins gehirn emotionale zustände erzeugte und das ist der ideale zustand um was zu verändern das heißt quasi wenn man jetzt in so einem moment ist ne ich spüße hinten ich spürs dritte auge ist natürlich ideal um zum beispiel zu meditieren oder um zu tanzen ja oder 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 um dinge anders dazu tun als zuvor also das ganz wichtig das ist dann nicht der richtige weg wir machen jetzt eine kakao zeremonie und dann später um zwölf trinkt man bier nicht so sondern es wirklich als medizin nehmen wie wie auch hier die zwei sorten wir haben morgen auch noch mal ein kleines testen gemacht haben beide mal gemischt ist dann quasi wie jetzt würde man heilkräuter miteinander mischen jede jeder seinen eigenen individuellen weibes an seiner individuellen auswirkungen und das ist der respekt der das produkt braucht und deswegen kann er wie ein schmetterling kann er auch nicht in die kategorie genussmittel eingestuft werden es geht hier nicht darum dass man sich einen zuckerschock mit kakao geschmack holt also das will ich noch mal ganz klar sagen darum geht es nicht sondern es geht darum dass man in ruhe und bewusstsein in zustand annimmt den man normalerweise alleine nicht erreichen würde also man nutzt den kakao als unterstützer und das wie du ihm gesagt das ist auch die idee der maya gewesen da war der kakao die größte heilpflanze und ist sie immer noch und aus dem blickwinkel macht dieses produkt sinn und ist notwendig und dann hat man quasi auch wenn man zum beispiel mit g1 kombiniert hat man quasi diesen erhöhten spiegler kohärenten wassermolekülen mit diesen extremen inhaltsstoffen dieses natürlichen kakaos und dann ist der superhuman zustand definitiv ein stückchen näher als vorher sagen wir es mal so so ist es so ist es um kurz aufzuklären also weil du sagst dann durch das auge springt an und du spürst was kakao ist an sich nicht psychedelisch kakao ist psycho aktiv und das bedeutet er hat einfluss auf die neurologischen prozesse in unserem gehirn und wie du sagst prozesse laufen anders ab als davor es verändert was dadurch dass kakao so eine fülle an neurotransmittern enthält die unser körper auch selber kreieren kann so was wie serotonin tryptophan fenylethylamin was wir ausschütten wenn wir verliebt sind all diese dinge bringt kakao mit stellt sie unserem körper zur verfügung und auf einmal wird es ganz einfach zu kichern und dann wird es ganz einfach einander ein küsschen zu geben weil der körper wird an diese frequenz an diese stimmung herangeführt durch diese psychoaktive komponente gleichzeitig sehen wir nicht irgendwelche kobolde und elfen die die vorher nicht da waren sondern wir sind hier wir sind da wir spüren unseren körper vielleicht sogar ein bisschen besser als vorher und wir fühlen uns wohl auch auf den oxytocin haushalt hat kakao einfluss und das ist eben das hormon der neurotransmitter den wir ausschütten wenn wir bei der mutter an der brust sind oder wenn wir uns lange umarmen wenn wir kuscheln beim sex und all das steckt im kakao drin das führen wir uns zu und auf einmal fühlen wir uns wohl so richtig wohl in unserer haut und jeder weiß veränderungen stattfinden zu lassen ist schwierig wenn 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 sich nicht gut anfühlt und wenn wir uns dieses gut fühlen geben dann können wir uns auf einmal bewusst entscheiden zu sagen okay nach dem nach dem essen brauche ich jetzt keine halbe tafel schokolade ich brauche auch kein kein bier oder kein kein kaffee sondern vielleicht brauche ich einen spaziergang ich fühle mich ja schon wohl mit dem kakao komme ich in so ein wohlfühlen rein und dann stehen mir alle möglichkeiten offen und dann kann ich ein picknick machen oder ich kann auch in die bar gehen und mir fünf bier rein stellen nur also für mich weiß ich das passiert meistens nicht und wichtig ist hier auch noch mal durch diesen neuen zustand entstehen neue taten und die neuen taten verändern das bewusstsein das gehirn ist ja immer veränderbar ist der neuroplastizität und es sind immer die taten die neue erfahrungen neue hormonhaushalte bringen und durch diese neuen hormonhaushalte wird im gehirn diese tat als gut eingestuft und somit kann man diesen kakao nutzen um wirklich dinge aktiv anders im leben zu machen wenn man zum beispiel in der partnerschaft denn denjenigen mal anders berührt oder anders anschaut oder dann weiß das gehirn hey das ist ja gar nicht so schlimm wie ich ursprünglich mal gedacht hatte also im moment wovor ich angst hatte gehe ich dann mit ganz viel ich sag jetzt mal liebe durch und dann ist es schön und dann hat man diese neue erfahrung gemacht und kann sie beim zweiten mal auch ohne kakao abspielen lassen und das ist diese diese magie dabei die ich zum beispiel auch bei meinen eltern sehen den habe ich auch kakao verabreicht da sage ich auch immer zu solchen wenn man vielleicht noch mal ein bisschen auf die dosierung kommen auch bei so härtefällen so 20 30 gramm am tag das über eine relativ lange dauer und es verändert sich wirklich zwischenmenschlich auch was in den menschen weil dann natürlich auch nachts im traum findet dann wieder eine enttraumatisierung statt dass emotionale blockaden gelöst werden dass man dinge verarbeitet und 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 das ist die magie die in diesem kleinen töpfchen steckt die magie von kakao das kann so einfach sein und wir wachsen ja alle mit schokolade auf die kinder schokolade ist ja so das klassischste produkt das kinder verabreicht kriegen so nach dem motto okay das ist schokolade und als ich im dschungel war doch dich feststellen stopp so was was wurde mir da verabreicht und woran glaubt und glaube ich und als ich dem das erste mal begegnet bin habe ich gefragt hey was was ist denn das was ist das für ein brauner brocken und dann erzählt mir der der händler am straßenrand ja das ist kakao und ich so nee 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 das ist kein kakao nee nee das ist das kann kein kakao sein weil kakao ist pulver und das ist mit zucker und da ist ein hase drauf gedruckt oder ein affe und das gibt es bei der oma immer abends vorm schlafen gehen und dann meint er so nee kakao puro so reiner kakao und das war so einer der ersten momente wo es bei mir los ging mit stopp was was kriegen wir hier eigentlich beigebracht naja womit wachsen wir auf und da weil das auch nicht viel gekostet hat dachte ich so boah das ich glaubt jetzt einfach mal habt ihm irgendwie umgerechnet zwei euro in die hand gedrückt habe diesen brocken mit heim genommen und wusste gar nicht was ich damit machen soll was machst du mit so einem blog wenn wenn es dir keiner erklärt dann habe ich den halt gegessen wie schokolade habe den genommen und habe angefangen daran zu nagen so nach dem siebten achten bis dachte ich war das ist ja total furchtbar was mache ich hier eigentlich und habe den hingelegt und bin spazieren gegangen und das war der krasseste spaziergang meines lebens mein herz ist aufgesprungen ich hatte eine total klare sicht durch das tebromin was im kakao drin ist war ich ruhig fokussiert mein spanisch wurde viel besser ich habe angefangen mich mit den einheimischen zu unterhalten dachte mir hey was für ein geiler nachmittag kommt zurück ins hostel wo ich war und dann liegt da dieser braune brocken und lächelt mich an und ich denke mir so boah krass irgendeine verbindung gibt es da geh ins internet und was finde ich raus dass kakao diese ganzen inhaltsstoffe wirklich hat das kakao dieses tebromin enthält eine vielzahl an mineralstoffen die drin sind die unseren körper das gefühl geben er ist genährt er ist gesättigt und er kann runterfahren er kann abschalten er kann in einen zustand der entspannung kommen und wir wissen mit entspannung kommt ein fokus und zwar keiner zwungener fokus sondern ein entspannter fokus kommt die leichtigkeit des seins kommt die leichtigkeit des sprechens der kommunikation und dann war ich so wieso weiß das keiner wieso erzählt uns das keiner und das war der erste moment wo ich dachte boah krass das muss ich irgendwem erzählen auch wenn es nur meine oma mutter wer auch immer ist und so so hat meine reise begonnen und ich persönlich habe wirklich das gefühl die welt kann das sehr gut gebrauchen im moment natürlich kann die welt freude leichtigkeit und liebe kann die welt immer gebrauchen ich wäre dafür machen jetzt mal die nächste runde wir haben nämlich ich habe meinen schon leer getrunken ich war ganz brav wir haben nämlich noch den hier dabei den haben wir noch gar nicht vorgestellt der der hat auch seine vorstellung finden ja genau das sind den hier kannst du oben aufschrauben glaube ich das einfachste und hier finde ich ist die optik noch 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 spannender und der mischa der wird uns den gleich mal vorstellen ja der kakao lieber christian trägt eine besondere geschichte und die überschneidet sich mit meiner geschichte so ein bisschen ja dann nehme ich den wahrscheinlich wird er gleich schmelzen in meinen händen letztes jahr im winter waren meine partnerin und ich in kolumbien um kakaobauern zu besuchen mit unserem partner der vor ort lebte jan waren wir in der sierra nevada kolumbiens im norden und es ist die sierra nevada ist ein spannendes gebiet weil sie bis vor zehn 15 jahren noch beherrscht war von drogenbaronen vom kokainhandel also da hat sich im prinzip niemand rein getraut der dem was noch an seinem leben lag und bestimmt 50 jahre war dieses gebiet besetzt durch den drogenhandel und vorher besetzt durch die siedler das heißt dort haben ureinwohner gelebt die aruako und die kogi als die siedler dann kamen im 18 jahrhundert wurden die einmal komplett von der küstenregion aus dem urwald verdrängt hoch in die berge und seit mehr als was 18 jahrhundert seit mehr als 400 jahren hatten diese indigenen stämme ihr land nicht mehr dann kamen die drogenhändler haben die wiederum verdrängt und erst vor wenigen jahren haben die aruako und die kogi dieses gebiet entlang der küste in das jahre nevada zurückbekommen und man muss wissen für die aruako ist die verbindung zwischen den polen die verbindung zwischen den polaritäten zwischen maskulin und feminin zwischen dunkel und hell das ist ihr höchstes gut sie sehen sich selbst als stamm als mensch dafür verantwortlich diese beiden polaritäten zu vereinen durch mann und frau durch das wasser und die berge und deswegen durchstreifen sie ein territorium von den bergen bis ans wasser und mittendrin liegt eben der kakao und mehr als 400 jahre lang durften die aruako den kakao nicht kultivieren denn sie hatten keinen zugang zu ihrem land und erst vor 15 jahren haben sie dieses land zurückbekommen und tasten sich wieder an den kakao anbau ran und dazu darf man wissen die aruako sind ein sehr kluges volk also wie ihre spiritualität auch schon aussagt die wissen worum es im leben geht wer eine verbindung zur spiritualität hat weiß es geht darum eine balance zu finden eine balance zwischen dem männlichen und dem weiblichen zwischen dem licht und dem dunkel und die aruako haben für sich entdeckt dass der kakao eine wunderbare pflanze ist um das zu kultivieren und auch um das an andere menschen weiter zu geben und deswegen haben die aruako in verbindung mit unserem partner mit original beans sich dazu entschlossen diesen kakao anzubauen und diesen kakao in linie mit ihrer spiritualität weiterzugeben und das ist eine riesengroße ehre als meine partnerin anker und ich dort waren das alles zu sehen den anbau zu sehen die menschen in ihrer traditionellen weißen kluft zu sehen und wie sehr in verbindung sie sind mit der natur mit sich selbst mit ihrer spiritualität und dann auch noch das angebot zu bekommen von jan hey mischa wenn du willst wir können den kakao für euch per segelboot nach europa transportieren das heißt komplett co2 emissionsfrei segelt dieser kakao zu euch nach europa und dort könnt ihr ihn so natürlich wie es geht weiterverarbeiten konnte ich natürlich nicht nein sagen und so ist dieser kakao zu uns gesegelt tatsächlich ich liebe diese geschichte eines tages wünsche ich mir mit dem kakao zusammen zu segeln das ist noch so ein traur da komme ich mit ja mal gucken wie es mit meiner seekrankheit bis dahin steht aber auf jeden fall ist mir vorgenommen und so ist dieser kakao zu uns gekommen wir haben auch nur eine ganz geringe quantität von 300 kilogramm bekommen und die geben wir auch nur ausgewählt weiter wir verarbeiten in ganz kleinen chargen und es ist noch ein bisschen was da für dieses jahr wird das die letzte ernte sein und wir wissen auch noch nicht genau wann wir wieder von den aruaco kakao bekommen weil sie da eben auch nachrichten aus dem universum empfangen also die stammesältesten gehen in die berge hoch meditieren warten auf die message bringen die message wieder runter ins dorf und dann heißt es okay jetzt ist das dran jetzt ist das die geschichte auch weil ich bin mal ganz offen 300 kilo ist jetzt von diesem kakao gekommen und zwei kilo habe ich persönlich davon gekauft und das ist halt fast ein es ist fast ein prozent und das ist das ist wenn man es aus der perspektive sieht muss man oder kriege ich gänsehaut und dann liebe ich das halt auch wieder so zueinander findet jetzt sitzen jetzt ich muss es einfach aussprechen weil es mich so freut wasser dann sitzt sie hier wie ich auch absoluter g1 fan weißt du dann findet dann findet er das eine das andere und ganz krasse produkte finden zueinander und ist auch der grund warum wir heute zusammen sitzen ja und wir so haben wir uns auch kennengelernt um dann nochmal einzugehen ich war mit anna haben wir kakao besucht ja wir hatten auch so männerkorn kennengelernt gesprochen so hätte es nicht fern okay ich wollte schon immer meine geile kakao manufaktur sehen fabrik wäre das falsche wort kakao manufaktur und sind da reingegangen und allein vom geruch schon ich war schon ich habe schon voll gemerkt und dann habe ich den hier wie heißt der arroako arroako das erste mal die rohen bohnen probieren und ich bin jetzt da oben im dritten auge gebrannt fast schon und da soll ich den menschen jedes anbauen vollen respekt die 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 vermittlung finden und uns auch die möglichkeit geben das so einfach zu konsumieren weil es ist halt jetzt mal wieder amazon like es ist nur ein klick im internet ja aber bitte bei ganz bei diesen ganzen produkten egal ob das g1 ist kakao mischer oder andere produkte die so ganz besonders sind vergessen hat wie viel herzblut und leidenschaft dahinter steht auch wenn es sehr einfach verfügbar ist es ist super super viel leidenschaft super viel auch fehler begehen super viel riskieren ja wissen alles junge menschen das ist alles aus mit unseren eigenen händen aufgebaut ja es ist nichts keine geerbten imperien ja die die betrieben werden sondern das ist aus der puren leidenschaft der freude des seins nach neuen möglichkeiten die 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 welt zu verändern ja die welt zu bereichern zu sagen okay es geht auch anders daher wie er der next generation sind zwischen 30 und 40 und das ganz ganz wichtig in dieser online welt haben das immer mal zu hinterfragen was hat das produkt durchlebt und es gibt diese zwei welten wo das eine wo so eine geschichte dahinter steht und die andere welt ist wo man eine vermeintliche made in italy handtasche kauft ja wo aber die teile mit kinderarbeit will jetzt nicht unterstellen aber mit zwölf stunden schichten in china produziert werden unter nur in italien von auch importierten arbeitskräften montiert werden und man das dann luxus nennt und da sage ich nee luxus ist das weil es was verändert und darauf jetzt noch mal mein mexikanisches au weil wir gerade hier die spiritualität angesprochen haben ganz ganz wichtig in der heutigen zeit und das ist das was was denke ich oder mischa was wir kommunizieren wollen und wofür wir als als unternehmer als jungunternehmer auch stehen was ich ganz spannend finde zu erwähnen oder wovon ich in im kontext unseres business immer spreche ist das thema wertschöpfung gegen wertschätzung weil beim wertschöpfen gehst du irgendwo her schöpf den wert raus und nimmst ihn für dich bei der wertschätzung geht es darum etwas wunderschönes vorzufinden es wert zu schätzen und weiter zu tragen das heißt es geht nicht darum dass ich irgendwas rausziehe dass wir der erde irgendwas entnehmen es für uns nehmen und uns daran festhalten so lange bis wir irgendwann diesen planeten verlassen müssen sondern es geht darum weiter zu tragen und der kakao ist genauso eine tradition die von den maya und vorher von den azteken von den olmeken tolteken über jahrtausende weiter getragen wurde die ältesten maya relikte oder die die der vorfahren der maya sind tatsächlich kakao gefäße und bei den bei den azteken war der kakao sogar eine währung also die haben mit kakao gezahlt du konntest für fünf kakaobohnen den hasen kaufen für 100 kakaobohnen sklaven und es war nur ganz besonderen menschen vorbehalten überhaupt kakao anzubauen wow und jetzt mal ganz kurze frage wie viel kakaobohnen sind in so einem halben kilo block man kann es fast direkt auf die gramm zahl umrechnen also 500 gramm sind 500 kakaobohnen fünf sklaven einfach nur noch mal weiß und fünf sklaven kriegen heute für unter 100 euro und einfach noch mal die diese diese bedeutung der pflanzen und die hätten ja auch was anderes wählen können sie hatten ja auch gold die hatten auch diamanten hier süd und mittelamerika super reiche länder silber aluminium war ja alles da aber es war die kakaobohnen und warum weil sie ihm physisch was direkt verändert ok jetzt 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 bin ich ja jetzt ist der kakao drin das gespräch ist auf dem niveau die tragödie in drei akten wie schade es gerade sagen gesagt als tod ist gerade ist der akku leer gegangen obwohl eigentlich nicht leer gehen dürfte und der frisch geladen war so ist das halt wenn man über wunderschöne dinge spricht magie den raum betritt passieren dinge die unvorhersehbar sind ich war stehen geblieben bei der dosierung und wir haben das ist eigentlich für mich das spannendste produkt für den einsteiger wir haben hier einen kakao herz sind 150 gramm will ich auch noch mal sagen noch mal ergänzen es wird mit sicherheit noch andere kakaobohnen kommen ja es ist halt jetzt stand heute haben wir zwei vielleicht sind es in zehn jahren zehn vielleicht ist es auch nur noch eine eidernlo deswegen lasst euch nicht irritieren von dem was wir hier zeigen dass es stand heute und darf sich wie alles in der natur verändern ein kakao herz 150 gramm und das ist für mich die die spannendste form weil es ist super günstig und 150 gramm ich habe jetzt meine erfahrung zwischen 20 und 30 gramm gemacht reicht quasi für fünf bis sieben dosen aus und wenn er das durchlebt habt wisst ihr wovon wir sprechen also sieben tage hintereinander jeden morgen kakao zeremonie bitte in ruhe also nicht kakao machen nee mal bewusst vielleicht mal 15 minuten halbe stunde eher aufsteigen das genießen und dann mit dieser neuen energie mit diesen neuen möglichkeiten den tag gehen ja was ist auch spannend immer in so einen beruf in so einen alltag reingehen und einfach mal gucken wie reagiere ich denn jetzt auf die aussagen von der mitarbeiterin von meiner coworkerin oder von meinem chef oder 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 und welche und das ist ja das was ich mal so gerne sagt bei enttraumatisierung also bei bei einer neuen verknüpfung von möglichkeiten im gehirn welche neue möglichkeiten es sich dann im handlungsfeld ergibt angst stress macht klein freude liebe macht groß und dadurch sieht man dinge die man vorher nicht gesehen hat und es geht immer eine tür auf und das ist das warum ich auch immer sagt unternehmer in liebe leichtigkeit und ewig positiven wachstum oder führen einer firma ist möglich wenn die die eigene setting die eigene frequenz die eigene energie dazu passt weil dann wird man immer die tür kennen die gerade im quantenfeld aufgegangen ist um auch noch mal so ein bisschen von der seite rein zu gehen ja es gibt die wahrscheinlichkeit dass es unendlich viele multidimensionalen überschneidungen gibt und eigentlich jeder das im leben erfahren kann was er will ja und wenn man sich dafür öffnet dann gibt es jeden tag zu jeder wie jeden moment wo man glaubt er wäre unlösbar eine lösung und da braucht es manchmal nur ein schritt ein wort vielleicht auch mal ein unangenehmes gespräch vielleicht braucht es auch mal die frequenz von wut oder 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 aggression die man jemand anderen was mitteilen muss ja wichtig ist nur dass das dann nicht man selbst wird ja also man darf wütend sprechend ohne wütend zu sein das ist so die idee die kunst in der kommunikation selbst die die wespen mögen das ist ein gutes zeichen obwohl kein zucker drin ist und fliege und das ist für mich die das spannendste einsteiger produkt ja sich ganz genauso also schön ist es wirklich sehr sehr zugänglich sehr sehr formschön und ich würde sagen man kann relativ wenig falsch machen also wie du auch gesagt dass christian seine volle wirkung entfaltet der kakao wenn er raum kriegt und das können 15 minuten sein es braucht kein gebet es braucht kein ritual es braucht keine kerzen natürlich kann man das alles hinzunehmen und daraus eine celebration eine riesengroße party machen auch mit anderen zusammen und gleichzeitig genieße ich meinen kakao so gerne einfach allein am küchentisch und habe meine fünf bis 15 minuten für mich denkt vielleicht darüber nach was ich heute bewegen will wofür ich heute dankbar bin und mein tag kriegt eine ganz andere färbung und ich kann noch so schlecht geschlafen haben manchmal habe ich sogar gar nicht geschlafen wenn wenn mein leben gerade besonders wild ist und dann trinke ich diesen kakao und finde die verbindung zu mir selbst und zu dem worum es wirklich geht und das steht mit kakao den menschen offen und deswegen teile ich diesen kakao so gerne weil ich wirklich das gefühl habe dass das was im inneren bewegen kann weil wir versuchen so oft am außen zu rütteln und irgendwas hier anders zu machen und die ozeane zu retten etc doch wo wo ich wirklich die die wichtigste wirkung sehe und weswegen ich mich so tief mit kakao beschäftige ist der innere wandel weil wenn wir uns im innen verändern dann sehen wir den wandel in der welt wie gandhi gesagt hat ist wunderschön und das ist auch so für für uns die zeremonie so gewonnen ich liebe es fuß auf zu stehen zu meditieren ja mindestens 30 minuten wenn raum ist auch mal eine stunde und da bei einer richtig gut meditation ist ja die idee von den sinnen wegzukommen also das heißt quasi die verbindung ins quantenfeld entsteht indem man die 15 weglässt und quasi nur noch reines bewusstsein bitte und dann danach liebe ich es aber dann wenn die ersten sinne das hier sind und mehr kann man nicht machen also wenn man es beherrscht zu meditieren und zu sagen okay ich bin reines bewusstsein dass jetzt diesmal als christian bernd bauer ja in den körper geladen ist im nächsten leben was anders und im leben davor auch und sich bewusst ist dass es eine große illusion ist ein großes monopoli wo wir zusammen spielen und dann die augen aufgehen die meditation rum ist und man dann sagt okay ich spiele monopoli mit was spiele ich denn dann wird man wie man so schön sagt unbesiegbar dass das ist die energie aus dem jeder traum wahr wird aus dem alles möglich ist und es keine keine herausforderung mehr im leben gibt ja also es gibt schon herausforderung aber nur noch welche wo man einfach drüber steigt ja manchmal schwitzt man dabei manchmal nicht aber das ist perfekt anna ich mag deine stimme noch mal hören ja als ich denn also ich kannte auch kakao wirklich nur als pulver in meinem kopf war das so hinterlegt wie pulver mit zucker gemischt und das war für mich auch gar keine irgendwie nicht im sinne von morgendlichen ritual ich habe meinen kaffee sehr gemocht mag ich immer noch und als christian mit mit kakao mischa so um die ecke kam und lass uns den mal besuchen und der hat so ganz speziellen kakao ich konnte noch gar nichts so richtig damit anfangen aber habe mich damit dann mehr auseinander gesetzt habt den kakao probiert und so wie ich den kakao empfunden habe ich habe an dem morgen auch den kaffee weggelassen um um wirklich rein nur für kakao da zu sein kaffeetrinker die kennen das diesen kick der dann durch den kaffee dann durch das koffein dann irgendwie genau einmal durch schießt tatsächlich habe ich das durch den kakao auch es ist einfach nur ein anderer kick es ist der schießt hier nicht ins gehirn rein sondern wenn du da quasi so ein bisschen rein meditiert oder diese ruhe für dich am küchentisch hast und den trinkst und nach fünf oder zehn minuten kickst dir ins herz rein also es ist wirklich unglaublich dieser diese glückseligkeit ich kann es nicht anders beschreiben die quasi hinten durch den rücken ins herz hinein und auf einmal hat aufgemacht und ich habe angefangen zu lächeln und ich wusste nicht warum aber das war dieser dieser kakao kick den ich vorher im gehirn durch den kaffee hatte und ich habe mein kaffee nicht weggelassen am nächsten tag ich kombiniert es teilweise auch aber für mich ist kakao mittlerweile jeden tag ist es meine kleine zeremonie die ich feier für mein herz weil dadurch wenn wenn dieser wenn mein herz so mein herz ist schon offen aber wenn wenn es so richtig richtig aufgegangen ist spüre ich plötzlich wie die kreativität anfängt zu fließen auf einmal habe ich lust oder noch mehr lust zu kreieren noch mehr lust zu tanzen oder wenn es dann direkt auch ins business übergeht wenn wenn ein paar verstandssachen entschieden werden müssen es ist noch so viel leichter verstandssachen zu machen noch mit viel mehr herz und freude und auf einmal ist da die schwere einfach weg wunderschön so schön beschrieben ach ja und jetzt bin ich gerade so hinweg geweht von deinen von deinen worten er da merkt man schon sie beherrscht die herzfrequenz man träumt davon und ja jetzt haben wir jetzt haben wir die wir haben die kakaosorten vorgestellt wir haben die dosierung genau also das heißt quasi hier das ist das starter set kit für dich jetzt mal sagen und das ist die ok ich habe es verstanden war ja und das ist auch das so wie ich es vorhin gesagt habe ja also ich bin ganz ehrlich bestellen immer drei kilo auf einmal und wir reisen damit das ist tatsächlich wir haben wir haben handgepäcks koffer mit supplements und da ist mindestens drei kilo wenn wir losreisen ist mindestens drei kilo davon kakao damit ein bisschen vorgesorgt haben und tatsächlich auch wenn wir dann besuch bekommen in mexiko oder so wir lassen immer kakao von mir mit einpacken und das ist auch spannend wir sind in mexiko wo auch herz des kakaos ist und trotzdem bringen wir den den kakao mit weil es halt einfach der anbau wie man am anfang hört am entscheiden ist es ist halt wie sagt man so schön set und setting es ist wer macht es wohne und wie das ist bei allen dingen und da sage ich sogar dass sogar beim chivon so oder ist bei jedem produkt so auch wenn man sie nicht essen kann ist auch bei kleidung bei allem wer macht es wo wie und deswegen bringen wir wirklich kakao aus europa wieder mit nach mexiko perfekt dann würde ich sagen haben wir das ende gefunden oder ja und der letzte was ich noch sagen möchte sind diese schönen kakao töpfchen ich habe mich verliebt ich finde die die sind so wunderschön also da schmeckt der kakao noch mal ganz anders und intensiv da drin handmade ja gibt es natürlich auch hier beim lieben mischa und ja in diesem sinn einfach herzlich vielen dank dass du da bist große ehre danke dir danke euch vielen vielen dank für das projekt vielen vielen dank für euch fürs zuhören für das interesse jeder mensch hat seinen eigenen stimmzettel und hier ist ein projekt was euch mehr zurück gibt als ihr jemals vorstellen können in diesem sinn vielen dank fürs zuhören bis zum nächsten mal wir sehen uns